Moin, du da! Oh! Ein Popelmon! Ich probier mal! Need for Speed! Hot Pursuit! Ja, egal! Mein mal! Ja, ja, ja! Okay! Die Band ist leider gestorben! So, manche! So ungerecht! So ungerecht! Keks im Maul! Geh mir selbst damit auf den Sack! Wenn ich mir meine Folgen so anschaue! Pick mich kaputt! So! Ey, du da! Hallo! Warum bist du einfach mit? Lassst du mich an? Oh! Ein Kampf! Ich dachte wegen meiner Brüste! Nö, wegen einem Kampf! Okay! Ja, wieso? Die Krise! Ja, wenn ich die sehe, dann krieg ich auch die Krise! Die Krise meines Lebens oder so weitergeht! Nicht die Midlife-Quizus, sondern einfach nur die Krise! Aber da fehlt noch nicht hin und eh für eine richtige Krise! Also hinterm I! Naja, rechts schreibt wie ich auch so! Na, also bis gleich! Bevor ich noch ne Krise kriege! Bis gleich! So, jetzt bin ich auch raus aus der Krise! Ja, würd ich auch sagen! 720€ Schmerzensgeld! Ich mach mal, dass ich mal wieder meine Pokémon gegenheule! Ab ins Pupelcenter! Wie immer! Ich influenze mal ein bisschen rum! Machen wir nicht, ne? Mit einem Fässchen rum, influenze ich rum! Das haut euch keinen Sinn mehr um! Mit den Mädels mach ich einfach ein bisschen bum 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 bum! Ne, so! Die sehen aber eigentlich alle gut gut durchgebräunt aus! Die sehen voll Schoko aus! So, mit Schokolade oder Nutella beschmiert! Diese Flüssigschokolade! Wie sie aussieht als wie Durchfallscheiße! Merkt euch eins! Durchfallscheiße sieht aus wie Schokopudding oder Nutella! Also wenn jemand ein bisschen zu viel Antibiotika genommen hat! Ihr wisst Bescheid, ihr kackt Nutella raus! So, mit der Schokolade rauskommt! Den ist nicht nur so, dass ihr keinen Appetit mehr auf Nutella habt! Oder Schokopudding! Schokopudding! Das ist, was aus dem Po von Drachenlord rauskommt! Wenn er mal wieder seine Anfälle hat! So! Moin! Da ist ein Brief, den ich von meiner Tochter bekommen habe! es schießt mir ab. Achso, okay. Na dann, oh. Ja, da ist doch diese eine Stelle da. Yeah, Influencer, Influencer. Krippala Infekt, Krippala Infekt, Krippala Infekt, Krippala Infekt. Level 28 TM, 28 meine ich. Oh, voll hier, geil. Top Genesing ist aber was anderes. Das wäre ein full Restore. Volles Wiederherstellen. Oh, Spürchen hier. Schaut aus wie eine Zusammenstellung von, äh, von wilden, äh, ähm, 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 Honio, äh, Fuß abdrücken. Als ob eine raupe Füße hätte. Ah, hier ist doch ein komischer Dickwanst. Äh, kann ich nur das hier sagen. Um den kümmere ich mich später. Oh, habe ich genug Unfehlernst? Oh, Erik. Unser Fahrradverkäufer geht gerade so durch die Decke. Äh, echt? Bin ich so eine coole Sau? Äh, wir schulden dir, äh, etwas hier für dieses Bewerben mit unserer Fahrrad, wo du einfach hier rumgegurgst bist mit deinem Fahrrad. Als ein Weg unserer, äh, unserer, äh, äh, um, ja, als ein Zeichen unserer Dankbarkeit. Äh, behalte du das Fahrrad. Danke nochmal. Flick, du, 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 fertig. Wo hat er meine Nummer? Achso, DSGVO und so. Okay. Damit wäre mein Auftrag als sogenannte Grippen, ähm, Bewerber, also Influencer, Influencer, durch. Die ranzte Epidemie hier mal wieder. Paralysehalter. Ja, wohl auch mal Zeit, ne? Allzeit bereit. Genug durchgeinfluenzt. Hallo. Wir wollen auch mal was anderes erleben. So, also mein mal. Blutzuck. Du bist aber hässliche Glubscher. Blutzucker wie Blutzucker. Wieso? Moin. Achso, den hat er ja schon. Ja, so, fahl auf, warum kam bargaining? Ääh, 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 ääh. Zu viel, du, 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 yeah. Nö. Luh, leh, 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 leh. So, fertig. Bam, bam. Ich war ja mal. Ja, machen wir mal. Jo, machen wir mal weiter. Moin! Pokémon können, äh, kennt du, äh, sing ich, ja, können nichts machen. Das Pokémon können nichts machen, wenn die, äh, schlafen. Ich werde dir zeigen, wie gruselig das ist. Na, dann zeig mal. Du komischer Kauz. Gleck möchte kämpfen. Ach, der gute Gregor. Hier sind Ameisenbären, nur ein bisschen anders. Ja, ja, ja. So, mach mal. Desabled. Du bist mentalmente desabled. Also geistig behindert. Komm, lass uns mal kaputtbeißen. Totbeißen. Siehste? Ganz schön gruselig, ne? Dass meine Pokémon immer noch wach sind. Zu dieser Uhrzeit. Ich hab's verloren. Das ist ziemlich traurig. Ja, du konntest mir nix davon demonstrieren. Und nicht im... Vorne ist lieb Scheiß. 560 Euro schmerzlich geld. Dafür, dass du meine Lebenszeit verschwendet hast. Ich hab's verloren. Das ist ziemlich traurig. Ja, du konntest mir nix davon demonstrieren. Und diesem... Vorne ist lieb Scheiß. dropping mir auf's. W-Hall hast du einenibile Luisbe effekte? So. Und daqui muss ich einfach stehen auf Himmel. Ja, das wohlde ich. Eta. Ab in den glor. Mit dem Scheiß. So. Tick-City. Pokémon-Arion. Morty. Rick und Morty. Der Musiker. Seher. Der Zukunft. Hm. Moin. Bist aber auch gut durchgebräunt, ne? Im Solarium. Wo ist denn diese komische, beschissene Solarium? Ihr wisst ja. Das ist ja auch gut durchgebräunt, ne? Wo ist denn diese komische, beschissene Solarium? Ihr wisst ja auch gut durchgebräunt, ne? Im Sanatorium. Da bringe ich euch um. Mit einem Festchen rum. Ah. Du bist ja auf ein Abenteuer mit einem Pokémon. Ja, könnte sein. Vielleicht. Ich weiß es noch nicht. Nun. Was für ein Abenteuer? Was ist denn mit einem... Mit einer Schatzjagd? Bin ich richtig, oder? Hab ich... Schlimmes, oder hab ich recht? Ja, was weiß ich denn? Nein. Oh. Too easy. Jedem das Seine. Nehme ich mal an. Ja. Was ist denn hier? Geschichte von Etik-Titi. Nö. Ich will doch nicht die Wikipedia durchwichsen. Da denkt einer mal an das absperrende Schließe der Türen. Oh. Unglogische Dinge im Pokémon. Da ist ein Schild. Mit Alkohol. Ein... 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 Aushang. Nö. Kind. Hast du gelernt, du tanzt nur wie die Kimmelokas? Nö. Wenn du... Wenn du... ein... Ein... Ansitz um meine alte Mann. Wird eh über was. Nettes Geben hab ich gehört. Ach, echt? Denkst du die... Tanztheater? Ich mag danse. Denkst du die historische Stadt. Wo die Vergangenheit die Gegenwart trifft. Yeah! Einmal hat er mir ein Geschenk gemacht. Ich denke, das ist, warum jeder es liebt. Was für ein Geschenk ist das denn? So einen Laserpointer auf Ebay gekauft und das Geschenk, oder was? Das ist ein Pokémon, der wirklich ein Pokémon so groß ist. Es wird existiert, als wenn ich es existiert habe. Naja, da kannst du lauter sagen, ne? Was passiert, als ich Junge war? Der Himmel, wo Erde plötzlich schwarz, ein gigantisch fliegende Pokémon, blockierte die Sonne. Ich frage mich, was er für ein Pokémon gewesen sein mag. Ich war irgendwie etwas wie ein Vogel und ein Drachen. Nicht Drachenlord, der macht die Biege. So. Ja, du da. Der Turm wurde benutzt. Meine Großmutter erzählte mir, dass ich immer früher viel größer war. Ne und, verbrannter Turm, deswegen war er auch mal größer. Ich wurde von einem mysteriösen Feuer zerstört. Wieder bleib von fern, wo ich gerade etwas unsicher ist. Ach, egal. Da könnt ihr ein paar Feuerpokys sammeln für Kai. Kawai Kai aus Hawaii, in Australia City. Der Kawai ist nur der Hai, der Kai, der Hai. Kawai, Kawai Kai Hai, der Kawai Hai Kai aus Hawaii. Hawaii Hai. Hai ist Hawaii. Hoi, ich bin ein Hai und komme aus Hawaii. Moin. Hm, ich bin sicher, ich kann hier irgendwas finden. Ich will keinen Beatme. Wenn du mich besiegen kannst, werde ich dir sagen. Nö. Halber deine fette Schnauze und verpiss dich. Jabi möchte kämpfen, na und? Ich bin sicher, ich muss dir sagen. Ja, ich... 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 habe mich nicht nur abgesch Wardlen... 108€ für schmerzensgend. Ich habe von allen Gerüchten gehört das ein Glumenta irgendwo dafür sein sollte. Aber die sind ziemlich selten. Oh, der Wutabdrücker! Ah, Spätsel gewonnen! Die Musik gefällt mir. Ah, Hunduske er hat mir gesehen. Rattifrazi Raub mit deinem Arsch zu wackeln Du bist scheiße Verpiss dich du Kackratte Du scheiß Arschratte Verpiss dich 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 Dadurch Wenn du 2.400 Euro Schmerz, das gehört. Habe ich gegen Gift dabei? Nein, na? Poison-Kette-Bey. Antidote habe ich leider nicht. Ah, habe ich ja gar. Die Musik gefällt mir auch viel. Wow, nein, Quatsch! Was mache ich denn da? Vielleicht ein Pokémon, ah, so. Woher hier? Ah, ja, was haben wir denn da? Gerade die Fahrtzimmer wäre. Die Arschratte. Wenn es nur das wäre. Wenn wir dieses Auma machen wollen. Ich hasse das. Dieses Ort wurde von niemandem... äh, irgendwie, äh, na? Ja, verbrannt. Und jemand anderem irgendwie verbrannt. Und Nobody, äh, DuckEater und Wehe irgendwie rumgeschlichen sein könnte. Ich suche nach, äh, äh, nach Beute, die hier überlebt hat. Na, also nach Raubsgut, ne? Sogar Diebesgut, was ich irgendwie noch mitnehmen könnte. Na, wer bist du denn? Eddie Van Halen möchte kämpfen. Dann bist du gleich, ihr Leute da draußen. Sooo, Rammstein, die verfickte Blindschleiche trifft immer daneben. Sooo, Eddie Van Halen. Over the top. Von Sissi. Von Sissi. Top. Passencube, Eddie. Use. No more. So, den lässt ich erstmal nicht behalten, weil er mit den Rockslides immer daneben trifft. Diese fette Kackblingsschleiche. Koffing. Ich brauch's nen Koffer. Nach Koffing. Oh yeah. Mein bester. Ich werde jetzt einfach mal trotzdem noch mal heilen, weil naja, muss ich mich erst beeilen. Okay, natürlich haben wir den mal den Pokémon. So. Machen wir mal weiter. Kümmern wir uns mal darum. Machen wir die Musik. Ja, ja, ja. Wieder so eine Arschratte. Ah, Traunfugil. Mischere Wurs. Servus. Sie will er. Na und? Hau ich hier rein an die Delle. Ich versuch' mal. Pokémon. Great Wars. Wann mal. Das wird aber nix, ne? Na. Ja. Man kann sich einfach so ein bisschen probieren, ne? Müssen wir halt ein paar Mal versuchen. Müsst' man halt ein paar Mal versuchen. Wer ist denn Ray? Ich heiße nicht Ray. Und möchte auch nicht verwirrt werden. Confused Ray. Wer ist Ray? Na. Na endlich. Hab ich geschafft. Im verwirrten Zustand. Also gar nicht dich. Neokörperlich. Ich liebe Leute dabei zuzuschauen, wie sie die erschrocken, äh erschrecken, äh erschrecken. Erschrecken. Es erschreckt sie, indem es einfach laut durch die Gegend schreit. Oder einfach nur plötzlich erscheint. Na dann? Nö. Na dann? Na dann? Na dann? Speichern. Oh ja. Speichern. Oh ja. Na dann? Na dann? Na dann? Na dann? Dum, dum, dum.